Sind sie an Jasper? Alle an! Alle Lampen an! Ich werde hier genötigt Schnaps zu trinken. Juhu! Cool! Yo Leute! Unglaublich aber wahr! Ich war jetzt gerade neun Stunden durchgehend im Auto. Ich bin endlich an meinem Ziel angekommen. Und wo bin ich? Ich bin hier im schönen Winterberg. Die Sonne scheint. Ich habe das ultimativ geile Zimmer, wie ihr sehen könnt. Ja, und ich bin hier fürs Dirt Masters Festival. Ich werde alle vier Tage hier sein. Das ist mein allererstes Mal am Dirt Masters. Ich war bereits einmal in Winterberg fahren, aber das ist bestimmt drei Jahre her. Dennoch, ich bin mega stoked hier zu sein. Ich freue mich auf euch. Am Samstag wird ja auch unser Abo-Treffen stattfinden. Schon mega aufgeregt. Tja, auf jeden Fall dranbleiben Leute. Und bis später. Ich darf mich nicht beschweren. Ich darf mich nicht beschweren. Nach neun Stunden Autofahrt. Fitness und Dennis. Könnte schlimmer sein. Ich darf mich nicht beschweren. Ich darf mich nicht beschweren. Jo, und guten Morgen aus Winterberg. Ich bin hier schon neun Uhr morgens, schon wieder am Gelände. Die Ruhe vor dem Sturm. Auf jeden Fall, vorhin war strahlender Sonnenschein und ich noch überlegt, ob ich überhaupt die Regenjacke brauche. Jetzt gerade regnet es. Es ist ziemlich widerlich. Aber hoffen wir das Beste. Und jetzt geht es auf jeden Fall Fahrrad fahren. Hier ist es da. So will ich mich verstehe. Jetzt geht es weiter. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Hier ist der Beste�st. Ich bin hier. Wooh! Das schwarzen wird es sich in der Branche. Entschuldige ich mich verschwinden. So kann ich es nicht mehr. Ich hab ich den Belänschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir hatten vorher die Black Line Die war etwas anspruchsvoll Vor allem nass, aber eigentlich schon cool Der Regen hat zumindest aufgehört Aber sonderlich warm ist es nicht Ich finde diese Strecke macht so stark Unglaublich Die Abfahrt ist ja ewig Fingert war es stocked Immer gerade Der Jasper lässig mit der Halbschale Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's Essen Dein Gesicht Wow Das war's 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 Ich werde hier genötigt Schnaps zu trinken Kein nix dafür Alles Sarah Ja Toll Das war's Du hast einen Schnapp Und Und Schau Hunde Hunde Wurde Hunde Hunde Das war's Hunde 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 Hey! So, dann kommen wir so nach Zauberflühen mit dem Berg da. Was? Gar nicht da rein! Das ist doch ein Bock, ne? Sind sie an, Jasper? Alle an! Alle Lampen an! Ich bin gerade ein guter Mensch und hole der Lisa Schäfer Pommes, weil die ist bisher am Arbeiten. Frau Schäfer! Oh nein! Ich erzähle euch ja immer von den Kommunikationsschwierigkeiten, die die Österreicher und Deutschland haben. Aber selbst in Österreich haben wir Kommunikationsschwierigkeiten. Die zwei hübschen Mädels hier sind nämlich aus Vorarlberg. Und sag sie mal was auf Vorarlberg. Ja, was soll ich mal sagen? Ich bin da auch da gewesen. Servus! Also, ich kann es so ungefähr erahnen. Aber ja, was war jetzt gerade? Genau, bei uns heißt der weißer Spritzer. Und bei euch heißt das? Weiss sauer. Weiss sauer. Wie heißt das in Deutschland? Ich glaube eh weißer Spritzer, oder? Spritzer. 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 Ein Sommerspritzer, ne? Wie finden deine YouTube-Fans meine neue Brille? Wie findet ihr seine neue Brille? Zeig dich mal von der Seite. Bist viel zu groß. Schreibt das mal in die Kommentare. Schaut, sie verliert mich irgendwie immer. Danke, wir haben die настроier. Boah. Und raus, da sind wir ja nicht so großartige Bl그램. Wir haben dich hier aufgelöst. Wow. Weiter geht mit dem Erik sto! Das bringt die Quoten. Erster Tag vorbei, ich bin jetzt schon wieder zurück im Hotel, ich bin ja hier in dem ultimativ fancy Hotel hier in Winterberg, in dem Oversum. Man sieht das hier, das sieht aus wie ein Ei und eben das ist ein Teil vom Gebäude. Auf jeden Fall bin ich jetzt mal auf der Dusche. Gerade am Weg zum Bikepark. Fanmoment. Unis, Leute, als ob wir uns gut verstehen. Letztendlich hat Melina halt hier jedem vom Stand was zu essen gebracht, nur mir nicht. Eigentlich nur Lisa. Und jetzt platzt sie hier auf Best Friend. Boah, Flieger.